Einmal bin ich nicht zuhause. Wo bist du denn? Tja, wie jedes Jahr. In Köln? Nee. Düsseldorf? Nee. In Linden auf dem Marktplatz. Und dazu was gehst du dieses Jahr? Ja, das war ich letztes Jahr auch an, Alter. Zum dritten Mal ein Headtrick. Ja. Wie würdest du dein Kostüm beschreiben? Ja, erstes Mal ist zwar nur ein Bettlern, aber scheißegal, da sind hauptsache große Taschen drin. Und da passt auch viel rein. Wenn jetzt Fans von dir auch als Bettlern gehen wollen, welche Tipps hast du? Wie macht man das? Das ist ganz einfach. Man nimmt ein altes Bettlern und wenn der kaputt ist, macht man oben, wo die Nähte sind, nimmt man eine Schere, macht zwei Löcher rein, oben den Hals ausschneiden, anziehen, paar Taschen drauf und dann fertig. Also wird in deinen Taschen drin sein? Ja, weil die ist ja wohl drin, ey. Feichling. Alles Mögliche. Bier. Ja, passt halt schon. Mal an! Hal. Untertitelung des ZDF, 2020